Mehr Salz zur Behandlung fettiger Haare Wenn du Probleme mit fettigen Haaren hast, solltest du dir diese Tipps und Tricks durchlesen, wie du mehr Salz bei der Haarpflege gezielt einsetzen kannst. Salz hat viele vorteilhafte Eigenschaften, auch in der Schönheitspflege. Es kann zum Beispiel als Billing oder für die Haarpflege verwendet werden. Erfahre heute, wie du mehr Salz zur Behandlung fettiger Haare verwenden kannst. Lies weiter, um mehr darüber zu erfahren. Warum mehr Salz? Mehr Salz wird auf natürliche Weise aus dem Ozean gewonnen. Es wird nicht durch chemische Prozesse verändert, und behält sie seine grundlegenden Eigenschaften. Deshalb ist mehr Salz gesünder als jodhaltiges Tafelsalz. Du kannst davon nicht nur in der Küche, sondern auch in deiner Schönheitspflege profitieren. Mehr Salz zur Behandlung fettiger Haare Mehr Salz zur Behandlung fettiger Haare Wenn die Torkdriesen zu fleißig sind, entstehen fettige Haare. Auch bei häufigem Haarewaschen sieht das Haar dann gleich wieder ungepflegt aus. Mehr Salz enthält pflegende Mineralien und kann gleichzeitig Fett aufnehmen. Es eignet sich deshalb perfekt zur Behandlung fettiger Haare. Deine Haarpracht wird danach wieder gesund und gepflegt wirken. Mehr Salz verbessert außerdem die Durchblutung und dadurch auch die Sauerstoffversorgung der Kopfhaut. Dein Haar kann schneller wachsen und du wirst dich über mehr Volumen und eine gesunde Kopfhaut freuen. Anschließend erklären wir dir, wie du mehr Salz zur Behandlung fettiger Haare verwenden kannst. Behandlung fettiger Haare mit mehr Salz Zutaten 1 Becher Shampoo 1-2 Esslöffel mehr Salz Behandlung fettiger Haare mit mehr Salz Zubereitung und Anwendung Vermische beide Zutaten und rühre sie lange um, bis das Salz gut aufgelöst ist. Verwende dieses Shampoo in der Dusche. Bedecke damit Kopfhaut und Haar und lass es 5 Minuten wirken. Danach das Haar mit warmem Wasser spülen. Schließe die Behandlung mit kaltem Wasser ab, damit sich die Haarschüppchen anlegen und das Haar glänzt. Du kannst auch einen feuchtigkeitsspendenden Konditioner verwenden, um dein Haar zusätzlich zu pflegen. Wiederhole diese Behandlung fettiger Haare 2-4 Mal pro Woche. Nach einem Monat beginnst du, die tollen Resultate dieses Spillings zu sehen. Übertreibe damit jedoch nicht, denn dein Haar könnte sonst zu trocken werden. Mach immer wieder Pausen und verwende diese Behandlung tatsächlich nur bei fettigem Haar. Mehr Salz ist in der Behandlung fettiger Haare ausgezeichnet. Außerdem kannst du damit das Haarwachstum beschleunigen und schuppenlos werden.